Ah, fast. Das war wieder zu viel. Das war falsch. Ich kann mir auch nicht gut merken, wenn hier welche Fackeln betrifft. Wenn ich jetzt den aktiviere, dann ist fast nichts mehr an. Nee, das bringt auch nicht ganz wirklich was. Jetzt habe ich die untere Hälfte an, die obere Hälfte aus. Ja, ich probiere hier echt viel rum. Gehe mich gerade gerne zu. Jetzt habe ich es geschafft, die Seite anzumachen. Jetzt habe ich es geschafft, die Seite anzumachen. Müssen ich nur noch die beiden auskriegen, dann könnte ich mit dem die vier anmachen und gut ist. Und schon was passiert ist, dass sie immer mehr wieder ausgehen. Das habe ich nicht gewollt. Jetzt ist alles wieder ausgegangen. Nein, es wird sicherlich nicht noch ein Stein hier oben sein. Wenn da ist, ist ein Stein hier unten, den ich brauche. Ja, super. Jetzt sind die beiden wieder ausgegangen. Jetzt sind die beiden wieder auskriegen, dann sind die beiden wieder auskriegen. Das sieht fast gut aus. Da sieht noch aus aus. So, das switcht nur die beiden um. Das bringt also nicht gerade viel, aber es bringt was. Ich weiß noch nicht was. Oh, das sieht gut aus. Und jetzt schalte ich alles wieder aus, oder? Nein, ich schalte alles an. Okay. Ja, alle Regeln sind offen. Eine Kämpferin, Mentor-Puppe. Ja, das ist übrigens auch gut, dass ich jetzt noch eine neue Kämpferin habe. So, hier sind es zum Glück nur sechs. Den Men hier berühren. Das macht die drei an. Okay, das macht die drei wieder aus. Und das macht die zwei an. Okay. Das macht die zwei an. Das macht die drei an. Ah, dann kann ich damit schon mal irgendwas erreichen, indem ich hier anmache. So, hier anmache. Und erst mal hier anmache. Das switcht da um. Okay. Dann switchen wir erstmal zurück. Was machst du? Du machst den an und den aus. Okay. Ach nee, du machst die beiden. Okay. Ah, der hat die beiden angemacht. Bin ich mir jetzt gerade nicht sicher. Deswegen probiere ich es mal. Nee, du machst die beiden. So umswitchen. Hast du dann derjenige hier? Nee. Äh, was switchst du um? Ah, die beiden. Okay. Und du hast das hier gemacht. Okay. Also die drei hast du gemacht. Okay. Was machst du? Und du änderst die drei. Und du änderst den. Also die beiden. Okay. Warte mal, passt das nicht jetzt sogar schon so? Dann vertue ich mich gerade wieder. Waren es die beiden. Switch noch mal mit dem. Achso, der da wird noch geändert. Okay. Das war fast richtig. Problem ist es, wenn die beiden, gell? Die ich hier umändern kann. Nein, so mache ich. Das sind die drei, okay. Das sind die zwei, ja. Ja, leider gibt es keinen für nur unten. Und für die Konstellation gibt es leider auch keinen. Äh. Okay. Ah, das ist nicht so ganz, wie ich es wollte. Okay. Oh, warte. Die beiden kann ich, glaube ich. Ich weiß noch nicht mehr, mit welchem man hier das war. Nein, nicht mit dem. Der tut nämlich die drei da oben beeinflussen. Warst du's? Nein, du tust die beiden beeinflussen. Ja. Du tust die beiden beeinflussen. Welche beeinflusst du? Oh. Ja, stimmt. Die drei. Die drei. Die drei. Oh, 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 oh. Warte. Ich, ich habe einen, der hat die drei beeinflussen. Genau. Jetzt muss ich den nur finden, weil es gibt auch einen hier unten, war er. Der beeinflusst nur die beiden. Warst du's? Nein, du beeinflusst die beiden. Okay. Dann warst du der, der die drei da oben beeinflusst. Nein, du beeinflusst die beiden nur. Es gab einen, der beeinflusst die drei. Äh, nicht du. Du beeinflusst die drei. Warst das dann doch? Du warst das. Sehr gut. Jetzt muss ich nur noch den finden, der die beiden beeinflusst. Das war nicht der erste. Der erste beeinflusst, ja, die drei. Genau. Warst du's? Ja, bingo, du warst es. Ein bisschen kriege ich's hin. Gruhe kann geöffnet werden. Bessere Schütze, das ist auch nicht schlecht. So, jetzt kommt unser schönes Spiel mit den Köpfen. Ja, mal überschreiben, weil ich will das nicht nochmal machen. Okay. Okay. So, noch nicht in die Blitzelichter laufen. So, wie drehst du dich? Du drehst dich so. Ja, du drehst dich so, dass wir hier eigentlich sicher sein müssen. So, noch nicht in die Blitzelichter. Oh. Okay. Zurück mit euch! So, noch nicht in die Blitzelichter. 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 So, noch nicht in die Blitzung? So, noch nicht in die Blitzelichter,